Also nochmal Maximilian Heidenreich. Ich bin aktuell 23 Jahre alt und trainiert genau seit dem 14. Juni 2016 hier im Fitnessstudio. Vorher war ich im McFit und dieses Studio hier Fit One hat im September dieses Jahres aufgemacht. Das bin ich hierher gewechselt und trainiert seit nun gesagt fast zweieinhalb Jahren. Und ja, mein Trainingspartner. Ja, ich bin Roman Mertschke, bin aktuell 24 Jahre alt, komme aus Leipzig. Ich bin Mensch-Physikathlet, wiege 93 Kilo aktuell und ja. Genau, ich trainier noch, auch aus Leipzig, wiege aktuell 128 Kilo, mache Bodybuilding. Genau. Top, top, top. Wir trainieren grundsätzlich schwer, ja. Also wir haben, im Endeffekt haben wir drei Wochen, sag ich mal, wenn man das so unterteilen kann. Wir haben wirklich so eine Woche, wo wir auf ein paar Wiederholungen mehr gehen. Kontraktion halt. So ein bisschen wirklich, sag ich mal, hochbrotten. Wie soll ich das sagen? Viel auf Technik, sag ich mal. Technik ist immer dabei und dann die anderen zwei Wochen schwer und die eine Woche richtig dolle schwer. Weil schwer macht schwer, so viel das schönes Bruch heißt. Natürlich wird die Technik auf jeden Fall immer dabei sein. Ja, das machen wir ja in den zwei Wochen, wo wir halt weniger Gewicht nehmen, da achten wir schon auf die Technik. Die, sag ich mal, die geht ja dann irgendwann ins Blut rüber und in der eine Woche, da geht es halt wirklich nur ums Gewicht. Also nur um das Schwere, um halt zu gucken, wo die Grenzen liegen und dass wir die Grenzen halt nach oben hinaus verschieben. Ja, genau. Und eine Gelbe. Das sind 200 Kilo jetzt, warm up. Mehr wollte ich denn sagen. Ich war dieses Jahr schon im April, war ich das auf zwei Wettkämpfe. Einmal auf der Newcomer in Fulda und auf der Hessenmeisterschaft. Und jetzt bin ich wieder im Aufbau bis Mai nächstes Jahr und mache dann ein halbes Jahr Diät bis November. Und dann will ich wieder im November auf der Ostdeutschen starten und im Bodybuilding-Bereich. Männer 4, Männer 4 Bereich. Also ich wollte dieses Jahr eigentlich schon auf die Bühne gehen. Es hat leider, ich sag jetzt mal, terminlich nicht gepasst, zeitlich nicht gepasst und habe das jetzt mal noch um ein Jahr verlängert. Eigentlich war IFBB geplant nächstes Jahr. Bin jetzt noch ein bisschen dabei, hin und her zu zwitschen zwischen Massamenia und IFBB. Mal schauen. Auf jeden Fall in der Men's Physik. Und jetzt noch auf 100 Kilo hoch und schauen wir mal, dass wir dann so auf 83 oder 85 auf die Bühne gehen nächstes Jahr. Und jetzt noch auf 120 Kilo hoch und nehmen wir unsere 300 Kilo hoch. Sehr gut. Und jetzt noch auf 100 Kilo hoch und nehmen wir unsere 300 Kilo hoch. Und jetzt noch auf 100 Kilo hoch und nehmen wir unsere 300 Kilo hoch und nehmen wir unsere 300 Kilo hoch. 20 Kilo hoch und nehmen wir unsere 300 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 Kilo hoch. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist auch rot und auch eine gelbe. Genau. Bei mir war es 175, ich muss mal gucken. Weißt du? Ja. 250, let's go. Let's do it. Gerade? Ja, passt, passt. Ja, passt. Hop, schuhe. Gut. Sehr schön. Ja. Ja. 250. Wuh! 3, rote und eine 2,5. 3, rote 5,5. Jetzt beginnt langsam das Kautofil. Kautio, oder? Kautio, finde ich mein Ding. Ja. Ja. Immer kurz davor, ne? Zweieinhalbfaches, nicht ganz. Ne, zweifache das Körpergewicht jetzt. Ja. Also fast weiter. Doppelte vom Körpergewicht. 90 Kilo Athlete. 90 Kilo Athlete. Mit 175 jetzt erstmal. Mal gucken, ob man die 230 würde ich wieder machen. Ich 128 Kilo Athlete. Ja. Ja. Kuchen. Schauen. Ja. 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 Sehr gut. Am Gesichtsauskuchen müssen wir noch arbeiten. 2,70m. Ja. 5-Rote. Was ich auch immer gut mache, die Scheiben doll sind. Jetzt wird es viel an. Schub. Auch nur einen kleinen Schub weg. Was soll ich das machen? Bodys Leipzig. Bodys Leipzig Flasche. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Hat erst vor 3-4 Monaten aufgemacht. Ist ein sehr, sehr guter Laden. Auch ein Wettkampfathlet. Auch ein Wettkampfathlet. Kumpel von uns. Von Bothoff. Genau, Wettkampfathlet von Bothoff. Schub. 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 Markus Leipzig. Schub. 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 Eieieiei. Wie viel? 190. Drei Rote und eine Grüne. Die Grüne. Und eine Hunde und eine Halber. 190. 15er schon. Nächsten 205. 220, 230. Schau mal. Ich brauche noch eine Pause. Mach einen. Wenn das gut geht. Wenn das schön ist. Wenn das schön ist, machst du noch einen. Ja, gerne. So. 190. Körpergewicht 93 Kilo aktuell. Und bei einer Taille von 76 Zentimetern ist es gar nicht mehr so schlecht. Ich denke mal auf Homeupdate machen wir es dann noch hinten raus. Ich brauche noch immer mehr so. Ich brauche noch etwas zu? Wie, 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 ist es gefangen? Ich brauche mich noch zu. Ich brauche mich noch zu. Heine. Ich brauche heute noch mal. Ich brauche mich noch zu. Ich frage mich noch zu. Ich brauche mich noch zu, bei einem anderen Be savoir. Geht besser, geht auch besser, geht besser, sehr gut. Heute fast drinne. Das heißt, 5 Rote sind? Ja, aber da müssen wir eine 1,25er nehmen. 5 Rote sind 2 Sipfel. Und dann noch 7,5 pro Seite. Ja, 5er und 4,5. Passt recht. Bleiben wir uns aber langsam dünne mit der Stange. So, 5er. Oh ja, jetzt wird es echt drin. Ja, jetzt wird es echt drin. Also noch passt es drauf. Aber viele Scheiben, viel Gewicht, oder? Keiner Tipp. Ja, vier, die sind jetzt drin. Ja, das hat gehört auch immer. Voll schon nicht auf den Kampf. Tsch, 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 tsch. Geht's gar nicht. Pass auf, wenn du rausgehst, gleich statt mir stehen, weil du siehst. Hast du mich? 285, ab geht's. Hast du in der Mitte? Mit dich. Komm mal. Ab. Jawoll. Eieieiei. Worte gut? Ich merk definitiv noch von Mittwoch die tausend Kilogramm. Das ist mein Bein. 205. 205. 2,5. Wie viel? 205. Drei rote. Drei rote. Drei rote, eine gelbe und eine 2,5. Uh. Drei. 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 Entfernen. Drei. Jawohl! So, jetzt machen wir den ersten schweren Satz. 300. Fünf rote sind 270. Jetzt machen wir nur noch eine Wiederholung, maximal. Einmal. Einmal, einmal. So. So. Rutsch mal ein Stück. Gut, 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 gut. Hast du? Mittig? Ja. Und ab geht's. One more, one more. Jawohl. Lightweight. Ganz stark. Hat mich Adrenalin gepackt, ey. Hat nur noch drei mehr gemacht, ey. Jetzt bin ich warm. Jetzt bin ich warm. Vier rote, bitte. Jetzt sind wir in Fahrt. Ich glaube, heute mache ich einen neuen Personal-Rekord in Body Extreme. Mein bisheriger Rekord liegt bei 310 Kilo. Körpergewicht 127. Jetzt bin ich mal noch in zwei Wochen in der Woche ein Kilo schwerer geworden. Ich denke mal, da gehen 315, 320 vielleicht. Denke ich. Mal sehen, was mit geht. Denke ich auch. Crazy shit. Der lief viel besser als der 285er. Ja. Obwohl wir eigentlich nicht auslämtlich waren. Ja. Das ist ein Tor. Musik. Rein, ne? Ja. Der Tipp am Rand für die Zuschauer. Macht in euer Wasser Traubenzucker rein. Das hilft dir an des Trainings ungemein. Vielleicht auch nur Kopfsache, aber für mich hilft es definitiv. Vielleicht auch nur Kopfsache, aber für mich hilft es definitiv. Come on. Wollen wir. Komm man, sauber. Nein. Back. Jawoll. Come on. Come on. Oh, der war knapp. Der war knapp. Ich war ein bisschen zu breit vom Stand her. Ja. Naja, Hauptsache hoch und nicht abgesetzt. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Wollen wir mal unter mein Best. Jawohl. Mein Best überbieten. 300. Mach 320. Halt auf. Mach das 2 1 halbfache, ne? 2 1 halbfache sind 312 1 halb. 3 mal auf 15. Ne, da hab ich ja 126 gewogen. Ja, 3 mal auf 15. Ne, mach erst mal 312 1 halb jetzt. 3 mal auf 315. Wie willst du denn 312 1 halb machen? Mach 315. Komm, guck sammeln. Schaffst du. Gut. Dann überbiete mal mein Rekord erstmal. 5 sind 270. Ne, 6 sind 320. Ach, ich muss ja nicht blauer. Ja, genau. 50. 100. 250. Ach, noch ne schwarze noch. Ja, 2,5. 2,5. 315 Kilo. 315 Kilo. Aber richtig Power, ja. Direkt neuer Rekord. Auf geht's. 2,5. 2,5. 2,5. 3,5. 4,5. 8,5. 4,5. 4,5. 5,5. 5,5. 6,5. 7,5. 5,5. Okay, start! Komm! Finish? Yes! Okay. Okay, start! Okay, start! Okay, start! Okay, start! Okay, start! Okay, start! Jawohl, pack! Alleine! Jawohl, pack! Oh, ganz staub! Uuuuh! 3.50 direkt neue Rekord. Auf geht's. Fuck, Alter! So ne geile Scheiße! 235? Das was halt, ja. Musse ich rechnen, ja, nennst ne 5. 4 rot und ne 5, ja? Genau. Baust du bitte auf für mich? Ja. Konzentrier ich mich noch ein bisschen? Zweieinhalbfache jetzt. Haben wir beide, ne? Haben wir beide Zweieinhalbfache? Mhm. Genau, beide Zweieinhalbfache. Dann kochen wir euch. So. Jawohl, jawohl. Jawohl, jawohl. Komm, komm. Benni. 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 Kannst du noch raus? Nein, raus. Ja, raus. Ja, raus. Ja, raus. Ja, raus. Ja, raus. Komm. Easy. Ein Stück. Alles was geht. Bester Stand, komm mal. Komm mal, jawoll. Keine Nisch, Schade. Vor 20 sind krass. Vor 30 muss nicht. Schade, hab's. Abrollen. Aufrollen mit dem Gute. So, 50. 100 oder 50? 252. 300. 53. 200. Jetzt haben wir noch eine drauf. 520, 550. Und noch 2. Müssen wir eigentlich oben. Müssen wir mehr ein Stückchen geben. Ja. Und dann müssen wir hier oben rein. Wahnsinn, noch schade. Wahnsinn, noch schade. Ja. Oh, das ist ja. Und dann müssen wir hier oben rein. Wahnsinn, noch schade. Ja. Wahnsinn, noch schade. Oh, das ist einfach hier. Oh. 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 Ich denke mal, wir werden jetzt auf 1000 gehen, eine Tonne. Tschau. Ich denke mal, wird es nach optics. Ich denke mal, wir wollen. Ja, ich habe das auch geschafft. Ich denke, wir können uns mit euch machen. Ich wünsche mir das eine kleine Technologische Nerven. Ich bin das beste. Ich bin das alles über die Technologische Nerven. Ich bin der Ruhige Korfte. Ich habe das auch nicht gefunden. Wir sehen uns die Ruhige Mar��. Ich bin der Ruhige und dann, die Ausготовung. Ich finde sie hat die Lüge. Ich bin der Ruhige. Buhh! 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 Komm, darum. Buhh! Buhh! Komm, Croissant! Buhh! Die Kniebeuge haben vorher ganz schön die Gruen hergelassen. Komm an! Guck mal! Und mal! Leid! Sehr gut! Wuh! Gießen gleich weg! Mach acht, ne? Erstmal alles. Dann haben wir sieben. Das waren jetzt voll lauten. Fünf gehen, ne? Natürlich. Tom Platz hat mal gesagt, fünf Wiederholungen gehen immer. Das war's. Ab geht's, Digger. Hup! Komm an! Hup! Schuh! Hup! Komm an! Hup! Komm an, Digger, weiter! Ab geht's! Hup! Hup! Jawohl! Das ist die nächste. Das sind alles bei Paul. Mal noch drei. Das ist eine 25er. Das ist eine 25er. Ja, 15er dafür. Ja, egal. Warte mal, das sind jetzt 60. 85. Und noch 15. Krass. Okay. So, ich bin schon dick genug. Wir wollten noch. Wir wollten noch mein Maximal vom letzten Mal noch bieten. Ich hab letztes Mal auf meinem Instagram-Profil 1000 Kilo Beine gebracht. Instagram-Profil Iron Max Bodybuilding. Und jetzt machen wir noch eine 5er drauf, dann sind wir bei 1.005 Kilo. Okay. Hacke Foire. Mach's mit. Komm mal, komm mal, dann mach's mit. Schau. Ich hab's mit. Die Kniebeuge sind krass von dir. Du siehst aber, dass alles geht. Alles mit Kopfstabler. Ja. Ich denke mal, zweif die Rolle. Zweif. Zweig. Zweig geht immer. Mal durch. Mal durch. Du willst mal in. Mal durch. Mal durch. Da. Lein. Ja, ich hab's mit. Du bist da der Wunsch. Du bist da der Wunsch. Wunsch. Mal durch. Mal durch. Also, ich delays. Come on, Getschen! Up! Come on! One more! Up! Fuck! Ja, der geht noch! Fuck! Was haben wir jetzt hier umtrennen? 200. 200. Das heißt, wir auf 700, oder? Fuck, Alter! Das 8-Fahrer von meinem Torbegricht, ne? Ja, das 8-Fahrer. Oder 7,8 oder 7,9 ungefähr so. 105. Ach, das ist doch... Ne, das ist noch nicht das 8-Fahrer. Ne, noch nicht ganz. 705. Digga, ich bin da. Ich bin da weggerunden. Aber jetzt komm ich doch nicht. Come on! 700 Kilo, 750. 2. 1. 2. 1. Oh! Come on! Easy! Jawoll! 1! Jawoll! Jawoll! Alleiner! Alleiner! Come on! Come on! Sehr gut! Lightweight! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Sehr geil! Sehr geil! Oh, shit! Oh, shit! Das ist ein bisschen schwarz vorhauen! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Du kannst jetzt anfangen! Dann hab ich das. Oh, gut! Dass ich jetzt einen scherb ist. Das ist meine Scherb, bist du! Ich habe ein Scherb. Sie想, die Scherb. Und das ist эта Scherb. Ich habe nichts mehr vorlegt, dass es den Scherb! Und das ist ein Barsch aus. Ich habe nichts mehr vorgesehen! Ich habe nichts mehr vorgesehen! Ich bin ein Scherb. Ich habe einen Scherb. Wenn ich die Scherb. Glocke ist das hier, die Scherb. Jungs sind die Scherb! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020